willkommen auf dem kanal von dcfm gaming und einen wunderschönen guten abend schien dass ihr heute eingeschaltet habt zu einer neuen folge aus dem lieben der wien lemar wir starten direkt los gestern war sie am festland jetzt sind wir zurück hat sich noch ein bisschen hingelegt und genau und jetzt geht's los anrufen abwesenheit und sms schauen wir kurz rebecca hat angerufen 11 uhr 19 die will gar nicht mit ihm reden so ehrlich dann das ist eine messgruppe baby a lot Okay. Warum schreibt Mira das von Haus auf Ort und nicht Atkins oder einer aus Tän? Es geht mir daran rum, echt auf den Wecker, so. Vielen Dank. Was ist? Wir wurden da wieder gepanzert. So. Soweit viel Stress, Weiterbildung und, und, und. Und der tägliche Wahnsinn-Halbe-Schwinker. Sonst bei dir? Äh, hier ist Kay. Okay. Das können wir machen. Ich bin heute Abend. Ich muss nur abends mal kurz rausgehen oder wir reden morgen drüber. Wir müssen einen Moment warten. Wer ist das? Hast du eine wünscherregende Rechnung? Wer oder was bist du? Wer oder was bist du? 414, 614? Wer ist das? Ja. Habe ich die zufällig bei uns drin? Hm. Kim. Es ist Kim. Okay. Hä? 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 Und fremden wir. Ja. Ja. ��를. Du Costner, P Text achieve. Um, KNOW-Go. Übersi 드릴, soll es neurorektiviert und bringt mich mehr. Alter, eventuell. gestern wird einerouter darkesteste Führung겠어요. Experten nacholgieren zu. Auf Wiedersehen. Überbruchung dieser Fight. Du bist du enfermedet funktionierter. Du야 komm. Abonnieren. So, noch mal nur eine geringe Fahrstunde, da haben wir ja Zeit. Okay, geh wieder. Okay, die Zimmer sind gemacht. 2.01 Uhr ist erst morgen. Jamie war gestern da, Toilette empfangen, Shop und den Sommerdienst. Sehr gut. Okay. 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 Noch irgendwas, was ich vorab regeln muss? Okay. Okay. Oh Gott, stammiert. Okay. 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 Heute müssen die ganzen Reservierungen, muss ich an Paradise noch die Dinge schicken. Okay. 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 Aber Caitlin möcht nicht. Caitlin möcht nicht. Oh ne, ist nochmal anders heute. Warum geht der nicht? Ach, der ist blau, okay. Ah, der geht nicht. Dann gehen wir halt so. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Oh ne, oh ne. Oh ne, oh ne. Oh ne. Oh ne, oh ne. Oh ne, oh ne. Oh ne, oh ne. Oh ne, oh ne. Caitlin. Hallo meine Liebe. Hallöchen, das ist ein Geruch. Ja, ich hab ne kurze Rückfrage wegen Samstag, der Hochzeit. Ja. Und zwar steht bei mir im RDP drin, dass ihr abgesprochen hattet, dass ihr die Rechnung für die Zimmer auch über das Brautpaar geht, die die buchen, richtig? Ähm. Das Brautpaar bezahlt die Zimmer. Genau, richtig. Ja. Ich sagst du dir das anders, vielleicht versteht sie mich dann. Okay, dann brauche ich eine Information, ich brauche die ja Kaution vorher für die Zimmer. Soll ich die, die Zimmer, die ich heute schon habe, heute rausschicken, an wen, ist dann auch die Frage, oder soll ich die am Freitag rausschicken, so dass ihr spätestens Freitag Abend oder Samstag die Kaution dann uns stellt. Und dann ist die Frage, zahlt das Brautpaar das direkt, oder läuft das über Paradise? Oh. Ähm, ich schreib mir das einmal kurz auf. Ich hab nach einer halben Stunde Teamsitzung, und dann spreche ich mich einmal meinem Partner ab. Ja. Er müsste nicht halt wissen, wer jetzt die Kaution dann vorstrick und wieder zurückbekommt. Genau, deswegen, das weiß ich nämlich nicht, gar kein Plan, guter Punkt. Und, ähm, ab und zu hab, denke ich mal mit, ja. Okay, also, wir haben, ähm, wer bezeichnet die Kaution und wann, ne, das sind deine... Ja. Weil, ähm, wenn, äh, soll, weil, wenn jetzt, rein rechnerisch, ich schicke heute euch die Sache raus mit den Zimmern, die wir heute haben. Und es kommen morgen oder am Freitag noch Zimmer dazu, dann stimmt ja das mit der Kaution nicht mehr. Deswegen wäre meine Überlegung, dass ich euch Freitag so um, wenn wir es schaffen, 21 Uhr rum, äh, die Zimmer, die wir haben, schicken mit der Kaution. Oder alternativ, wenn ihr nicht die genauen Anzahl haben wollt, sondern lieber eine Kaution für alle Zimmer zahlen wollt, sicher ist sicher, so nach dem Ganzen. Es kann ja auch noch sein, dass jemand am Abend selber bucht, dann habe ich ja auch keine Kaution. Deswegen meine Frage. Ähm, deshalb meine Frage, nur die Anzahl Kautionen, die wir bis zu dem Zeitpunkt haben, oder übernehmt ihr die Kaution, äh, ihr oder das Brautpaar die Kautionen für alle Zimmer? Also, ich hätte jetzt erstmal gesagt, für alle Zimmer, falls sich irgendwie noch am Tag selber, ne, was, äh, ändert. Ja. Das kann ja auch immer sein. Wie viele Reservierungen habt ihr gerade? Ähm, eine Suite fürs Brautpaar plus drei, äh, Waldzimmer haben wir, also vier. Ja, okay. Okay, also ich würde, ich würde sagen, ähm, beide, also für alle Zimmer bezahlen wir die Kaution, spreche ich aber auch nochmal ab. Okay. Äh. Deswegen dachte ich mir, ich rufe, rufe dich an, weil, äh, die Frage war noch offen. Machen wir das wirklich auf den Punkt genau? Was machen wir dann aber mit den Zimmern, wie gesagt, die am Abend selber noch dann, äh, so, boah, ich hab so viel getrunken, ich krieg kaum keinen Schritt mehr, kann ich nicht doch ein Zimmer haben, weil die wird es geben. Die gibt es immer. Die wird es auf jeden Fall geben, ja. Die gibt es nämlich immer und deswegen... Ja, dafür bezahlt das Brautpaar ja auch die Zimmer, ne, also... Ja, deswegen wäre mein Gedanke, wir machen pro Zimmer zwei Personen, die Kaution dafür, du weißt ja, wir haben zwölf Zimmer, einen Satz weg, ich weiß, das ist viel Geld, das musst du mir nicht sagen, aber den gibt's ja im Anschluss direkt wieder. Ja, wird schon, wird schon irgendwie passen. Ich denke, ich gehe nicht, ich gehe nicht davon aus, dass die das, die Zimmer total verwüsten und so weiter, ne, so Rockstar-müßig, ne, du kennst das ja. Deswegen... Ne, davon gehe ich einfach nicht aus und deswegen, ähm, das gibt es das ja zurück, das wäre also nicht das Problem. So habe ich das, glaube ich, mit Ella damals auch gemacht, wegen Alamonia, ähm, da haben wir die, von der Kaution das, was uns gezahlt wurde, eigentlich noch abgezogen und dann haben wir, da habe ich euch den Rest überwiesen. Wie gesagt, aber quatscht das in Ruhe nachher im Meeting, wie ihr das am besten oder wie das Brautpaar das am besten haben möchte. Will es das punktgenau, wie viele Kautionen es gibt oder möchte es, äh, im Vorfeld oder möchte es komplett erstmal übernehmen. Ja. Muss ich nur wissen, damit ich euch was Passendes oder dem Brautpaar Passendes schicke. Okay, kläre ich ab, ist auf meiner To-Do-Liste. Klingt gut. Okay, äh... Wie lang ist deine To-Do-Liste? Mal so, Interesse halber. Ähm... Gucken, ob ich dich schlagen kann. Weniger, weniger, weniger Vollheit zieh von meinem Partner, weil ich bin am Tag selber tatsächlich gar nicht da. Ah! Ja! Du schockierst mich! Also, bei mir ist es easy. Also, ich bin gar nicht gestresst. Ja, wenn du nicht da bist, brauchst du auch nicht gestresst sein. Hast du recht, ja. Deswegen, ähm, Aufbau sollte wahrscheinlich morgen sein. Ja. Ähm, und... Barbie hat jetzt nur geschrieben, dass die Begehung um 19.30 Uhr ist. Wahrscheinlich, ich meinte eher Freitag um 19.30 Uhr, wenn ihr dabei sein wollt, ne? Bin ich Freitag da? Doch, Freitag bin ich da. Oder falls wir da rumwuseln, nicht wundern. Weiß ich Bescheid, alles gut. Ähm... Ja. Genau. Okay. Okay, gut. Ich melde mich dann nochmal bei dir. Ja, ich bin erreichbar heute Abend. Morgen wird's schon wieder schwieriger, deswegen, also, momentan... Gültig, ja. Dienstags hab ich jetzt immer auf dem Festland eine Weiterbildung, da bin ich erstmal eine Weile gar nicht Dienstag da. Donnerstag ist mein Tanztag, da hab ich das Handy aus, dem entspricht ich gern. Ja. Und sonntags ist mein freier Tag. Oh, okay. Da bleib ich auf dem Sofa. Also, das hab ich mir momentan so versucht zu legen. Und ich bin nicht mehr an der Front. Ah, okay, interessant. Weil ich schaff's nicht mehr. Verstehe ich auch. Ich hab auch aktuell kein Cursio mehr und deswegen bleibt sowieso alles bei mir hängen und dementsprechend ist das gerade ein bisschen viel, ja. Oh, ist Sarah gar nicht mehr Cursio? Nein, die sind erwähnt, das war gerade. Ah, okay. Hat mit Seiten zu tun, dass ich's nicht schaffte. Ah, ja, ist auch harmlos, ja. Ich brauch halt jemanden, der mich wirklich unterstützt und das kann sie aktuell gar nicht. Mhm. Und mein anderer hat gekündigt. Dementsprechend muss ich mich jetzt gerade ein bisschen neu aufstellen. Ja. Aber das wird schon. Dauert ein paar Tage oder Wochen und dann läuft das schon wieder. Mhm. Ich hab das Team soweit hinter mir, dementsprechend. Und ich hab auch schon gesehen, wir haben vier Leute für mich einschließlich für Samstag. Das wird schon alles klappen. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das wird schon klappen und schon wieder, ach nee, ne, Entwarnung, alles gut. Ja. Das hab ich mir, ich hab auch gerade. So, aber jetzt wieder, wieso klingelt mein Handy, wenn ich nicht telefonieren will? Moment. Ja. Das war gerade ein bisschen vorüberwind. Gut, aber weiß ich Bescheid. Ja. Meine Liebe, mehr hab ich gerade nicht. Okay, gut. Wenn dir noch was einfällt oder wenn Barry was einfällt, er soll mich anruhen. Okay. Sag ich, wir kriegen alles hin. Ja? Alles klar, super. Pass auf dich auf, meine Liebe, ja? Pass auf dich. Mach ich. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So. Pass auf Wensche. So, jetzt hörst du alles in die Blackstore. Hausapotheke. Oh, das hat re-opening. Und die ist der Kalinka. Wir suchen Bestatter und Bestatterin. Oh, ja. Nee, nicht wirklich. Ich glaub, hier hab jetzt wirklich zu verkaufen. Nee, nee. Terminus, Emperor, Medienchat, Barmierlau. House of Arts. Hm, okay. Wann? Dritter suchte, was wird's untersuchte? Okay. State-Problems-Passe-Konferenz in Kürze. Nachdem die Presse bereits über die Entführung von Kommissioner Walter Weiß und Sascha Weißen bemüttelt, können wir Ihnen Kürze die komplette Punkte anbieten. Leider sind wir hier in der Fallsteine, die sind durch den Venture schon angewiesen. Das Video wurde umgehend nach der Pfeilung auf die Venture-Serie. Das Video vergesst, finden Sie dieses auf YouTube. Oha, der Kommissioner wurde entführt. Krass. Okay. Da gibt's irgendwas auf Guten Morgen. Irgendwas an der Andrea. Oha. Ich bin ja mal schon mal in die Lodge dran. Den nehmen wir mit. Irgendwann glaube ich, dass wir den ganzen Teil haben. Und das ist schon mal ganz gut. Oh, da muss ich auch gleich anhören. Aber ich will Guten Morgen. Was ist das? Guten Abend, San Andreas. Nach einer Meldung über die... Das ist nett. Dann höre ich mit. Yo, what's poppin' loslanders. Hier ist wieder eure What's Poppy und ich freue mich auf eine neue Podcast-Folge hier bei Wien. Heute etwas ganz Besonderes für euch. Ich habe ja schon eingangs oft erwähnt, dass ich die Kunstszene in dieser Stadt aufleben lassen möchte und euch einen Einblick hinter die Kulissen geben möchte. Und heute haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir ein paar Mitglieder der Shamrock-Tanzgruppe hier bei uns haben. Hallo, Jelena. Stellt euch euch mal vor. Hola. Also, ich bin Robin und ich weiß gar nicht mehr, wie genau ich zur Shamrock-Gruppe gekommen bin, aber ich bin allgemein einfach wort begeistert. Irgendwann habe ich mir mit einem Kollegen zusammen überlegt. Ich dachte mir, ich wollte einfach mal anfangen zu tanzen. Und das ist jetzt schon drei Monate her. Seitdem habe ich mich nie wieder dagegen entschieden und auch die Gruppe leben gelernt. Hallo, ich bin Chloe und ich bin seit November bei der Tanzgruppe. Angefangen habe ich, weil ich war letztes Jahr auf Alamonia und habe einfach mal mitgemacht und habe einen Ausgleich zu meinem Alltag, also Arbeitsalltag besucht. Hi, ich bin Skadi. Ich bin seit Anfang Dezember bei der Tanzgruppe dabei, ein halbes Jahr jetzt ungefähr. Und ich bin durch Chloe so ein bisschen dazu gekommen. Die hat mich irgendwann mal mitgeschleppt, weil ich hatte das eigentlich vorher schon immer mal vor, aber ich wollte da nicht so richtig alleine dahin gehen. Aber wenn dann schon eine Freundin da ist, die man kennen, gefällt es ein bisschen leichter. Und ja, habe es mich bereut und freue mich sehr, Teil dieser Schönengruppe sein zu dürfen. Hey, ich bin Sam. Zur Tanzgruppe bin ich gekommen. Ich weiß schon ganz genau, ich habe mir mit meiner Frau das Dance-In-Demine angeschaut. Und ich muss sagen, das war das Beste, was ich bisher auf der Insel gesehen hatte. Und daher, dass ich mit Kim schon sehr, sehr lange verfreundet bin. Ja, wie ich sie einfach darauf angesprochen habe, habe gesagt, hey, ich will damit machen. Und seitdem bin ich auch dabei. Und dann, und noch die Liederin, würde ich schon fast sagen, der Tanzgruppe. Hallo Kim. Ja, hallo, ich bin Kim. Ja, tatsächlich leite ich seit eineinhalb Jahren die Tanzgruppe. Und das ist eigentlich so entstanden. Also ich tanze leidenschaftlich gern schon, seit ich ein Teenager bin, habe das viele Jahre schleifen lassen. Und als ich Chembrock, das große Glück hatte, Chembrock zu übernehmen, wollte ich die Kurse halt erweitern. Und dann dachte ich mir, ja, Tanz, das muss unbedingt nach San Andreas. Und es hat tatsächlich nicht so einen Anklag hier gefunden, wie ich gehofft hatte. Und dann wurden wir gefragt bei Lettliche Alamonia, hey, Chembrock, möchtet ihr mit der Tanzgruppe nicht was machen? Und ja, so ist die Street Dance Group entstanden. Alamonia ist, glaube ich, hier ein verdammt wichtiges Stichwort. Ich bin selber noch nicht so lange auf der Insel. Und für mich gab es bislang, glaube ich, kein Event, auf dem ich war. Oder ein weltweit Event, wie ich fühle mich waren, auf dem ich war, und ich war auf dem Chembrock, mit der ich nicht irgendwie aktiv darauf eingefahren bin. Das kann mich, glaube ich, nur aufzunehmen. Ich könnte kein großes Event sagen, wo Chembrock nicht am Start war. Ist das nicht mehr fast, worauf man unheimlich stolz sein kann? Wahnsinnig stolz drauf. Also wir haben mit sechs Leuten angefangen und haben bei jedem Anfrage immer so, oh mein Gott, wir standen teilweise zu zweit und zu dritt bei den Auftritten. Und jetzt ist es so ein bisschen so hoch, dass teilweise die Bühne nicht mal mehr ausreicht. Und es sind so viele unterschiedliche Charaktere dabei und so viel Leidenschaft bei vielen Menschen. Das ist, ich bin da absolut sprachlos, wenn ich überlege, wie das vor einem Jahr war und wie es heute ist. Ich habe viele Auftritte gesehen und ich habe auch die Vorbereitungen für Social Alarmonia, wo ihr ja wirklich an vielen verschiedenen Stellen abgeführt habt, gesehen. Und ich habe auch hier unter privaten Einblick der Gebüter vor der Vorbereitung von Alarmonia erlebt. Deswegen eine Frage an euch, wie anstrengend waren die Proben, besonders vor Alarmonia und wie anstrengend ist es allgemein? Lohnt sich der Aufwand für das Dopamin, was danach man eigentlich hinaus ist auszuschütteln? Ich sehe, das war wirklich anstrengend, die Vorbereitung. Ich würde sagen, es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Aber ganz sachlich betrachtet, wir haben viel und hart geübt bei Alarmonia, dass das alles sitzt, alle Tanzschritte so, dass das auf dem Beat gut passt und haben auch an der Kurve immer wieder rumgedüttelt. Und das braucht natürlich auch Ausdauer, dass man das durchhält, immer mal wieder was Neues zu ändern und dann doch wieder anders und dann noch wieder zurück. Aber ich würde sagen, jeder, der den Auftritt gesehen hat auf Alarmonia, hat gemerkt, gerade beim Disney-Tanz, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat, die Zeit daran zu investieren. Ich bin weiß schon, wie ich darüber rede, dass es so richtig ist. Da ist einfach der Kick, auf der Bühne zu stehen und so viele Leute vor sich zu sehen, die sich dafür freuen, dass man einfach dasteht und für die tanzt, dass es es auf jeden Fall wird. Ich würde es einfach als übevolle Chaos-Truppe manchmal bezeichnen, aber Kim schafft es irgendwie immer, Disziplin und Ordnung an den richtigen Stellen reinzubringen. Natürlich, es gibt einen Spaß mit Zukunft. Es ist ja tatsächlich immer so, dass die Leute sich das vielleicht gar nicht vorstellen können. Es ist nicht so, dass wir uns einfach dahin stellen und tanzen, sondern es ist halt wirklich, wir bauen Stellungswechsel ein, wir bauen Baueffekte ein, wenn wir zum Beispiel extra unsere Kleider unter den Jacken und den Hosen versteckt haben und dann in dem passenden Moment plötzlich alle wie so Prinzessinnen in den Kleinen dazustehen für den Disney-Tanz oder dann diese besonnenen Breakdance-Momente. Also wir machen uns halt echt sehr viel im Kopf. Und das fängt halt in der Planung schon an. Ich mache ja an sich nur das Grundgerüst, stelle es den Jungs und Mädels vor und wir entwickeln das Ganze zusammen, wir verbessern es zusammen und dann geht das Training los. Normalerweise trainieren wir halt jede Person unterschiedlich, ein bis drei Mal in der Woche und wenn wir Aufentritte haben, nochmal einmal davor. Aber Anarchonia war halt, wir haben drei Wochen lang wirklich jeden Tag trainiert. Drei Wochen lang, jeden Tag. Und das teilweise zwei bis vier schon. Wie viele Leute seid ihr allgemein? Da wir ja bei den Aufentritten inzwischen, ich glaube schon häufig auch mit 10 bis 12 Personen da sind, ich würde auch irgendwie so 18 bis 20 ungefähr schätzen. Also ich würde sagen, so wirklich aktive haben wir so zwischen 8 und 12 Leute und so wie die das wirklich aus Spaß haben, die noch machen, also es sind wirklich auch so gute 20 Leute. Also wir waren bis gestern tatsächlich 24 Leute, es haben jetzt drei die Gruppe verlassen, zwei einfach, weil sie weggezogen sind, also wieder in die Heimat zurück sind, eine, weil sie keine Zeit mehr hat, und nun sind wir aktuell 21. Was glaubst du von dem ersten Gedanken, bis was der Kanz steht, wie lange braucht die ungefähr? Ab dem Grundgerüst, was Kim hat, ein, zwei Wochen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde mich da anschließen und würde auch sagen, so ein bis zwei Wochen ungefähr, nachdem das Gerüst steht und was Kim davor für eine Arbeit hat, das kriegen wir ja so immer gar nicht so direkt mit. Ich denke, das ist der größte Part erst mal. Und alles, was wir dann danach so nur formen, das ist dann sehr unterschiedlich. Und häufig erlebe ich das so, dass Kim dann sagt, ich habe da was, ich habe da eine Idee, da habe ich richtig Lust zu, oder eine Idee, die auch aus der Gruppe kam und gefühlt geht dann eine Woche später, ist dann irgendwie zumindest ein Teil der Musik fertig und sie zeigt uns schon mal auch Schrittideen, die sie hatte, wie uns die Musik küsst, was uns einfällt und manchmal läuft es und manchmal nicht. See, ich würde mich da anschließen. Für mich persönlich muss ich sagen, geht das immer super schnell. Ich bin gefühlt dann scheinbar immer nicht bei den Trainings da, wo die Fenster das erste Mal vorgestellt werden, weil immer, wenn ich da bin, ach, wir haben den neuen Tanz. Dann lernen wir den jetzt mal. Und dann kommt man vielleicht eine Woche später oder eine halbe Woche später und dann haben wir doch wieder was geändert. Also mein Prozess ist mehr so, huch, wir haben den neuen Tanz. Das geht immer super schnell. Ich habe ja eingangs erwähnt, es gibt super viele Aufgriffe oder Veranstaltungen, wo die Shamrock-Tanzgruppe auftritt. Habt ihr da noch Lampenflieger? Also ich würde sagen, ein gewisses Maß an Lampenfieber gehört immer dazu. Ich kann mich noch erinnern, dass wir zum Beispiel letztes Jahr auch eine Christmastour hatten und da muss ich sagen, ja, ein bisschen aufgeregt war man schon, weil wir einfach nicht wussten, wie wird es angenommen. Aber man hat sich halt auch einfach gefreut. Es macht halt vor allem Spaß. Und sobald der Tanz dann letztendlich auch losgeht, auch auf der Bühne, haben wir einfach Spaß. Also ich habe einfach Spaß. Und man freut sich dann auch einfach an der Reaktion des Publikums. Aber wenn man dann so kurz davor ist, auf die Bühne zu gehen oder schon oben steht und wartet, dass es losgeht, das finde ich immer so die Momente, wo es dann doch nochmal ein bisschen hochkocht, die Aufregung. Gerade wenn man dann die ganzen Leute schon sieht, die da zugucken. Aber ja, sobald es losgeht, ist man, also bin ich persönlich irgendwie immer so im Modus, dass dann ist es egal, dann tanzt man einfach und hat Spaß. Ich finde es auch schön, dass wir halt auch sowohl vor den Auftritten als auch irgendwie auf der Bühne dann uns gegenseitig so gut motivieren können und so gut unterstützen können, wenn da jemand aufgeregt ist. Da wird sich gut zugeredet und so und das finde ich immer ganz toll. Und auch auf der Bühne, wenn man sich dann irgendwie mal leise was zuspricht oder so, das tut dann schon ganz gut. Also mein erster Auftritt war auch auf dem Weihnachtsmarkt und da war ich super aufgeregt, obwohl da nicht so ultra viele Leute da waren, aber ich war trotzdem so mega aufgeregt. Es gehen einem so viele Gedanken durch den Kopf, je öfter man auch bei dem Training ist und sowas und da kommt dann diese gewisse Routine ein bisschen mit rein und dann kann man, für mich zumindest, das kann man das so locker angehen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und als letzte Frage, gibt es bestimmte Rituale für euch persönlich vielleicht oder auch als Gruppe? Das ist eine sehr breite Frage. Ich bin mir sicher, dass ein, zwei Leute jetzt hier gleich was antworten werden. Wenn das lasse ich euch übrig, dann würde ich das tatsächlich bei mir verneinen. Mein Ritual werde ich dann wahrscheinlich in der Zukunft noch finden. Finde ich auch gerade schwierig zu verantworten. Ich versuche es einfach mal. Also was bei uns auf jeden Fall gemacht wird, gerade auch, wenn Kim merkt, dass welche von uns noch Unsicherheiten haben, dass wir vielleicht an dem Tag, mittags oder so, nochmal alle Schritte durchgehen. Und tatsächlich habe ich mit meiner Tanzpartnerin, die auch hier gerade mit dabei ist, Gadi. Wir reden uns eigentlich immer nochmal gut zu vor den Auftritten oder auch flüstern uns irgendwas zu nochmal, dass alles gut wird, wenn wir auch auf der Bühne sind. Und dann geht's los. Ja genau, also so mit der Tanzgruppe an sich würde ich auch sagen, Ritual, weiß ich nicht, wie ich es so nennen würde, sondern eher halt nochmal so ein gewisser Ablauf davor. Also was mir auch im Kopf gekommen ist, direkt war, ich glaube das war vor dem Nino-Auftritt bei Alamonia, wo wir alle echt ein bisschen am Zittern waren, weil alles so ein bisschen ungewiss war. Also dieses Hand in die Mitte halten und hoch, das fand ich echt gut. Hi. Hi, hi. Warst du kurz? Ja, ein bisschen genervt, aber sonst. Okay. Ich habe kurz mit Caitlin eben telefoniert wegen der Hochzeit am... Ach mir bitte, sie kann jetzt endgültig sagen, was essen wird. Nein, es ging um Kautionen. Ich wollte wissen, ob die Kautionen exakt abgerechnet werden sollen oder ob die Kautionen für alle Zimmer einfach sporadisch genommen wird. Ja. Und dann ist die Frage, an wen schicke ich das dann oder schicke ich das an... Schicke ich es ans Brautpaar oder schicke ich es an Paradise und sie so, ich habe keine Ahnung. Ist das super, das möchte ich hören. Sie klärt das jetzt für mich. Ja. Mehr weiß ich nicht. Essen, wie gesagt, habe ich auch keine Rückmeldung. Ich hatte Sarah nochmal gesagt, sie hat es eigentlich am Telefon auch verstanden, aber ich kriege halt keine Rückmeldung und es ist Mittwoch. Also wenn ich noch Ware bestellen muss, damit wir das alles zubereiten können, dann muss ich das eigentlich heute machen. Ja, aber... Okay. Miss Sarah kam dann noch nicht. Das ist bescheuert. Ja, versuch sie ab 20 Uhr nochmal so anzurufen. Wenn nicht, dann versuchen wir bei Miss Barks direkt anzurufen. oder wenn Kate Katelyn nachher mich zurückruft mit den Fragen, dann kann sie mir vielleicht da noch was sagen, weil, wie gesagt, wenn das innerhalb von Tagen dauernd umgestellt wird, wir wissen, was wir dann gar machen sollen. Katelyn ist auch wieder gesund. Okay. Ja, ich hatte eine SMS von dir gesehen. War der zufällig bei dir und hat bei dir eine Einweisung für die Leitstelle gemacht? Nein, das letzte Mal hast du mich drauf angesprochen und dann war er krank. Ja, ich frage mich halt, ob er mich nicht ernst nimmt, ob ihm scheißegal ist, was ich ihm sage. Ich habe ihm gesagt, es ist toll, wenn die Leitstelle übernimmt, er soll bitte vorher zu dir gehen und eine Leitstellenschwung machen. Jetzt hat er heute wieder die Leitstelle übernommen, obwohl er diese Schwung nicht gemacht hat. Was soll denn das? Rede ich zu Haedi? Weiß ich nicht, aber vielleicht wäre es, wie gesagt, ein Gespräch halt gut, wenn er dann mal Zeit hat. Wir müssen mit ihm ja allgemein sowieso nochmal reden. Ich habe gelesen, dass Thea und du ihr das machen wolltet. Ja, aber Thea hatte dann Kopfschmerzen und er kam ja eh, ich weiß nicht, wann er kam. Ich bin um halb elf dann gegangen. Ich will heute auch versuchen, relativ püglich wegzukommen, weil nachher kommt noch eine sehr spannende Landwirtschafts-Doku, die holzen da so einen geilen Wald ab und bauen eine Achterbahn. Das muss ich mir angucken. Okay. Deswegen muss ich... Hast du das gelesen? Die Pressekonferenz vom Observer, Mr. Weiß wurde entführt und seine Frau? Wann wurde es gepostet? Dann wissen wir jetzt, wie er entführt wurde. Das glaube ich gerade. Ich bin ein bisschen durch Venture gescrollt und habe dann vom Observer eine Info gelesen. Gestern war da noch nichts drin. Ich hatte gestern auch geguckt. Aber ich sehe die auch nicht. Die wollten das einfach in Guten Morgen San Andreas, aber Guten Morgen San Andreas habe ich nicht gefunden. Das ist ein Podcast. Hier, bei denen auf der Website. Aber nicht nochmal auf Venture extra gepostet und drauf hingewiesen. Doch, doch, doch. Das stand da ja. Das habe ich nicht gesehen. Weil auf Venture habe ich das gelesen, aber ich bin da nicht dazu gekommen, das zu lesen. Von gestern irgendwann noch. 9. und 7. Ja. Die wollten auch noch Podcast dazu. Also Guten Morgen San Andreas, aber den habe ich nicht gefunden, weil da sollte das nochmal kurz zusammengefasst werden. Und es soll noch ein Venture-Video geben, aber weil das noch nicht freigegeben wurde, wohl von Venture, ja, gibt es noch nichts Neues. Und deswegen sind die hingegangen, haben in dem Presseartikel wohl alles kurz zusammengefasst. Ja. Interessant. Nun, dann werde ich mich mal danach umschauen, ob ich das finde. Aber das ist halt, die Informationen sind noch zu vage. Was waren die Fluchtmittel? Gibt es eine grobe Richtung? Bieso sagtest du, du wüsstest da schon was? Ich habe da auch was in der Gruppe gelesen, dass du das geschrieben hast. Ja, ja, gestern, ich war gestern hier, es war gestern generell ruhig und es ging erst mal los, du hast doch eine Freundin bei der Staatsanwaltschaft, diese Carmen, die Frau von dem, der die Sonnenbrille hier so lange rumliegen hatte. Auf jeden Fall rief die an und ja, von diesem Victor halt, die Frau. Ah, Victor, ja, okay. Rief die an und hat für, gestern war ja eigentlich eine Massage von diesem Herr Tenuta, der ja bei der State Police ist und dann rief sie an und hat im Namen von diesem Herrn Tenuta die Massage storniert aus beruflichen Gründen. Da habe ich mir schon gedacht, da muss wohl irgendwas vorgefallen sein auf der Insel. Haben noch keine Ahnung was. Etwa eine halbe Stunde spät oder so kamen nur zwei aus der Palito-Notfallgruppe. Okay. Wobei Emma vermut nach meiner Beschreibung, dass es Daniel war, irgendwie Co-CEO bei Brunos und Arbeit auch bei Flyweeds und das andere ist wahrscheinlich seine Freundin gewesen mit so weißen Haaren, mit Zöpfen. Auf jeden Fall haben die erzählt, nachdem, weil ich habe dann gesagt, ja, es ist heute ganz komisch, die Staatsanwaltschaft hätte abgesagt für den State Police Officer, also es muss irgendwas passiert sein, aber ich weiß nicht was. und dann kam von denen nur die Antwort. Ich kann dir auch sagen, was? Da wurden gestern zwei Leute auf offener Straße entführt. Okay. Da habe ich gesagt, hä, woher wisst ihr das? Und dann sag ich, wir standen 30 Meter daneben. Die kamen mit gepanzerten Fahrzeugen, haben die wohl erst an die Seite gerammt, dass sie stehen bleiben mussten, sind ausgestiegen, alle voll vermummt mit Maschinen, also mit so Stromwaffen, also Sturmgewehren. Bitte was. Und haben die eingepackt und sind dann geflüchtet und die sind dann wohl auch über den Highway geflüchtet und haben dort Zivilisten irgendwie fast von der Straße gerammt mit ihren gepanzerten Wagen. Aber mehr wussten die auch nicht. Ich nehme an. Bitte nicht wieder so Zustände wie Gordon Olympus oder Black Operation Black. Bitte nicht. Ich nehme an, ich werde da vielleicht auf dem Rückweg nachher mal vorbeifahren, ob ich da was sehe. Ich nehme an, dass das irgendwo in der Wüste gewesen ist, weil Emma meinte, sie hätte bei sich daheim einen Helikopter gehört an dem Abend, also in der Nacht. Das würde nämlich erklären, warum sie den gehört hat. Das war so ihre Aussage. Mal gucken, ob man da vielleicht noch irgendwas sieht. Ja, wilde Geschichte. Pass auf Arzt wird ein Jahr alt. Aber an der Stelle schön, dass der Commissioner verheiratet ist, weil in dieser Position brauchst du jemanden, bei dem du dich irgendwann auch anlehnen kannst. Nicht so schön, dass sie auch bei der State Police ist, weil das macht das Ganze wieder ein bisschen problematischer. Oder dann geht es meistens um den Block wahrscheinlich. Äh, ja, aber... Ja. Ich habe... Ich kenne... Oh, apropos, ich vergesse es sonst wieder. Ich muss nochmal bei Seabreeze anrufen. Warum? Ob ich Jan erreiche wegen Samstag. Okay. Meinst du, Jan ist heute... Ich könnte Jan auch direkt anrufen. Warte mal. Ähm, so ein Fahrradstand zumindest nicht zu Hause, als ich... Oder willst du deinen Mann anrufen und fragen, wieso, nee, was ist da los? Ich habe gerade keine Lust. Alles in Ordnung bei euch? Weiß ich nicht. Ich sehe und höre ihn ja nichts und, äh, wenn ich dann so spontan in seinen Kalender reingucke und sehe, da gibt es ein dreijähriges, äh, Jubiläum, äh, und allem drum und dran und er erzählt mir nichts. Ach. Wenn er glaubt, dass ich da hin mitkomme, dann kann er sich da aber schon mal giftig, äh, in den Finger schneiden. Okay, dann rufe ich ihn nicht an. Dann rufe ich mir ohnehin klar, Das bringt das, das bringt ja nur, du sollst ja auch seinen Spaß und darfst ein bisschen haben. Ist mir egal, wenn er in der Theke schwindet, habe ich eben nicht viel von ihm. Genauso wenig, ob er da ist oder nicht. Nee, ich bin gerade einfach ein bisschen angefressen, muss ich ehrlich sagen. Du hast ja auch recht, aber dann musst du dich drum kümmern. Das letzte Mal, als ich mich ein bisschen versucht habe reinzuhängen, hast du mich ja auch noch zurecht gewesen. Nee, also da bin ich gerade einfach ein bisschen zickig, bin ich ganz ehrlich. Ich habe von ihm nichts, wenn ich mich nicht melde, meldet er sich nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich komme nach Hause, dann schläft er. Und, ähm, ja, ich habe gerade keinen Bock. Ich bin gerade, ich habe andere Nerven und Probleme. Apropos Nerven, komm mal rum und geh mal an den Rechner. Ich will dir was zeigen. Ja, genau. Ich erinnere mich. Ich muss erst hier noch zärtig machen. Warte, nimm mal den Laptop, länge ich mal kurz. Ja. Und dann guck, dann guck mal unter den Preiskalkulationen im Geschäftsführerbereich. Ich, äh, war da nämlich, äh, noch etwas fleißig gestern. Gestern? Vorgestern habe ich die Preise alle eingetragen. Ja, die für die Getränke. Ja, ich habe jetzt noch. Da fehlten übrigens ein paar. Okay. Ich habe jetzt die ganzen Hauptspeisen zum Beispiel mal durchkalkuliert. Die wolltest du ja auch, dass die mal wieder auf den neuesten Stand kommen. Ne. Und die ganzen Desserts und so. Halt alles, was wir in unseren Menüs verkaufen, habe ich durchgemacht. Und, mir ist aufgefallen, dass noch einige, ähm, Kaffees und so weiter vom Kaffee als Cyber war noch nicht neu durchkalkuliert. Das habe ich auch gemacht. Okay. Ähm, und da ist mir aufgefallen, da sollten wir auch überlegen, ob wir noch alle, ähm, Kaffeesorten nehmen. Also, den grünen Kaffee lasse ich auslaufen, weil der wird einfach nicht getrunken. Den, den Lakota Cyber würde ich auch empfehlen, auslaufen zu lassen. Oder du musst ihn halt für 25 Dollar verkaufen. Nee, der ist ja sowieso nur im Frühstück drin. Den holt ja so auch keiner. Ah, okay, weil ich finde, der ist halt eigentlich viel zu teuer. Der ist auch fürs Frühstück eigentlich zu teuer, den alles da standen. Dann rein zum Beispiel. Der kostet im Einkauf 6,50 Dollar. Alter. Aber ich brauche einen schwarzen Kaffee, ich brauche einen Milchkaffee, in Anführungszeichen. Und ich möchte auch die Firmen hier unterstützen. Ja. Das ist ein Fakt. Deswegen, ähm, so oft kaufen wir die Sachen ja auch nicht nach. Ja, ich habe mir ja trotzdem durchkalkuliert, nur bis du da den in die Übersicht hast. Da habe ich mich ein bisschen erschreckt bei dem, weil der Einkaufspreis so teuer ist. Bei den anderen geht es. Die liegen so zwischen, nach meiner neuen Kalkulation, so zwischen 7 und 12, je nach, ähm, der Cappuccino Caramel beziehen wir direkt vom Hersteller bei Cag & Candy. Ja, ja, ja. Deswegen habe ich den auch gar nicht durchkalkuliert bei Cag & Candy. Der Tostado Leggero, den hole ich manchmal für den Mitarbeiter Kühlschrank, weil er einen Ticken mehr Koffein hat. Habe ich auch nicht durchkalkuliert, weil wir den ja nicht haben im Bund. Ich habe nur, mir ist beim grünen Kaffee halt und beim Lakota Saiba aufgefallen, dass die für einen Kaffee extrem viel teurer sind als die anderen. Wie gesagt, deswegen packe ich ihn auch meistens nur in den, äh, ins Frühstück mit rein, weil hier kauft ihn keiner, wenn wir an der Bar stehen. Und du hast gesehen, ich habe da jetzt mal ein bisschen anderen Ansatz gemacht, weil ich hasse krumme Zahlen, ne? Deswegen habe ich da jetzt mal mit Arbeitspauschalen gearbeitet, die sind auch tatsächlich an den Aufwand ein bisschen angepasst, wie lange du für was brauchst und so weiter und so fort. Okay. Da habe ich mir schon was gedacht, weil du siehst manche Arbeitspauschalen, wie zum Beispiel beim Latte Macchiato, die liegen so zwischen 1,44 im Catering-Bereich oder 2,16 hier im normalen Verkauf, weil da drückst du halt nur ein Knöpfchen, packst du in die Tasse, fertig, ist der Lack. Aber es gibt zum Beispiel auch Vorspeisen, da sprechen wir von, oder Hauptspeisen, da sprechen wir von deutlich teureren Arbeitspauschalen, die dann auch mal an die 10 nahe rankommen, an die 10 Dollar. 8 Dollar zum Beispiel. Weil du einfach garnieren musst und du musst aufkochen und dann muss die Sahne noch ein bisschen dazu und so. Das ist halt einfach ein bisschen mehr Aufwand. Und es müssen halt runde Preise in meinen Augen sein. Bei der Steakplatte wirst du dich jetzt wundern, dass die Arbeitspauschale so gering ist. Sie hätte eigentlich deutlich höher sein müssen, aber die Steakplatte, die ist schon so teuer. Die ist schon im Einkauf so teuer, ja. Also eigentlich müssten wir für die 90 nehmen, für die Steakplatte im Verkauf. Aber dann haut das mit den 150 Dollar fürs Menü nicht mehr hin. Naja, wir müssen halt gucken, wir müssen gucken, was für ein Dessert wir haben, welche Dessertarten wir haben, wie hoch fallen die dann aus. Und Austern sollten wir entweder nochmal ein Extra-Menü machen, was teurer ist, wo speziell Austern drin sind. Oder wir nehmen sie aus dem Programm, weil die sind im Einkauf noch teurer als die Steakplatte. Und die musst du eigentlich, um realistisch zu sein, für 95 Dollar kalkulieren im Menü. Und wenn jemand Austern nimmt, dann kommen wir niemals hin mit unseren Kalkulationen. Bei mir ist das so, gerade wenn ich bei neuen Restaurants bestelle, die gerade aufgemacht haben, das war ja alles nur ein Test, wie kommt das bei unseren Gästen an? Die werden auch nicht viel genommen. Und die Austern werden halt auch nicht viel genommen, richtig und dann laufen die jetzt auch aus, dann ist das so. Ja komm, dann lassen wir das doch gleich, wenn wir gerade dabei sind, dann Sternchen dahinter machen als Markierung, dass wir wissen, das lassen wir jetzt zukünftig auslaufen, dass wir das einfach schon mal in der Übersicht haben, dass wir das für uns wissen, weil sonst passiert uns wie mit unserem Team-Event, drei Tage später haben wir es nicht mehr im Kopf. Wenn wir jetzt gerade mal durchgehen, ob da noch was ist, was wir rausnehmen sollen, also die Austern werden auslaufen lassen. Die Seezunge fällt ja demnächst auch weg. Die fängt sowieso, das ist ja nur noch so lange der Vorrat reicht, aber das ist ja klar. Ja, dann haben wir aber nur noch den gebeizten Lachs mit Kartoffelrösti und Mehlrettich sein. Ja, wir haben halt den Vorspeise noch das Seeteufel Carpaccio. Ja, aber das ist Vorspeise, kein Hauptgang. Ja, aber das ist dann so, dann haben wir trotzdem noch ein Fischgericht. Es gibt halt nicht so viel Aus, aber die Auster ist einfach zu teuer. Da müssten wir dann extra Austern-Menü machen, oder was, was wieder teurer ist und das sehe ich halt nicht. Ja, aber dann isst es keiner wieder. Also du musst ja immer gucken, ob die Leute das auch kaufen. Das liegt einfach daran, die haben halt ihren Profit schon draufgeschmissen von Season Sizzles und deswegen ist der Einkaufspreis für uns so teuer. Das ist halt einfach so. Das ist kein B2B-Preis. Ja, das ist dasselbe wie mit dem Cappuccino-Karamell, der direkt beim Erzeuger Cake & Candy uns nur 4,50 Dollar kostet, würden wir einen Kaffee El Salva kosten, erholen, würde uns direkt 2,50 Dollar mehr kosten. Ja. Ja, das ist halt genau dasselbe. Also Austern fliegen wahrscheinlich raus. Gibt es noch irgendwas? Ich gehe gerade durch, aber eigentlich nicht. Auch nochmal. Wie gesagt, Corta Salva und grüner Kaffee waren für mich sowas. Ich bin noch bei der Speisekarte jetzt. Ich kann nicht alles gleichzeitig. Also Speisen hätte ich jetzt auch nichts mehr, was ich rausschmeißen würde, zumindest nicht von den Haupt- und Vorspeisen. War bei den Vorspeisen irgendein Ausreißer? Ne, ich glaube nicht. Die waren alle Hey, naja, die liegen alle so im Bereich 30, 35 Dollar bei VK. Himbo Mango Tarte ist ein Kuchen, ne? Ja, die wird auch in letzter Zeit relativ viel genommen tatsächlich. Ja, die ist erfrischend, ne? Das ist beliebt, ja. Wer bietet die denn an nochmal? Das war auch, äh, weiß ich nicht. Kennen die nicht. Wo kommt die denn her? Ich sehe die hier nirgends. Weiß ich nicht, die steht auf alle Fälle auf der Dessertkarte drauf. Ja, da haben wir noch einige. Irgendwo muss sie ja her sein. Ich hab keine Ahnung. Kann sein, dass die auch beim Cake & Candy, ich glaube, das ist ein neues Produkt von Cake & Candy gewesen. Ne, Season Sizzle. Auch Season Sizzle? Ja. 12 Dollar im Einkauf. 12 Dollar? Im Einkauf. Uch ja, so schade es ist. Müssen wir eigentlich... Schreib die direkt bitte hinzu, wenn wir das gleich wieder vergessen. Ich überlege nur gerade. Ich möchte sie ja trotzdem dazu haben. Ja, ja. Ich denke, das geht auch, ah, das geht gerade noch so. Ich kalkuliere die mal schnell durch. Ach Mann, das war jedes Mal falsch. Himbeer Mangotard heißt die, ne? Ja. Und die war 12 Dollar im Einkauf. Ja. Der Cateringpreis bei 30 empfohlen. wobei, vielleicht könnten wir dann, wenn wir nett sind, die musst du ja nur rausholen und dann, ne? Dann ist das fast schon fertig. Dann kannst du 25 Dollar im Catering machen. werden 100 Prozent plus 1 Dollar Arbeitspauschale und dann wäre der empfohlen Normalpreis 40 Dollar. Ja, das ist halt so die oberste Grenze, was man machen kann beim Dessert, dass es gerade so noch für uns okay geht. das wären dann quasi 4 Dollar Arbeitspauschale beim Ja. Ich nehme die auch gerade mal schon direkt in die Lieferanten, in die öffentliche Lieferantenliste, ne? Gehört ja dazu. Ja, in der Preiskalkulation ist es drin, auch schon durchkalkuliert. Da ist die Lieferantenliste, Season Sizzle. Das stand ja tatsächlich nicht dabei. Da warst du unaufmerksam, cool. Ich habe es noch nicht nachbestellt. Gut, aber demnächst, da ist nämlich auch wieder bald ab Ebbe. Hätte ich das gewusst, hätte ich bei der letzten Bestellung das mitbestellt. Da habe ich jetzt nur Seeteufel, Carpaccio und Steakplatte bestellt. Ja, die gehen aber schnell. Ja, Seeteufel, Carpaccio erst in letzter Zeit. Komischerweise essen es sau viele. Steakplatte geht immer super durch. Das ist ein guter Durchlauf. Das war schon immer so. Ja. Ja. Aber ich hoffe, das passt dir so, wie ich das durchkalkuliert habe. Auch von der Übersicht her. Ich habe nur überflogen. Ich schaue da jetzt nicht genau. Wichtig ist halt jetzt, dass wir rausfinden, was jetzt mit dem Essen ist. Für die Hochzeit, dass wenn noch was bestellt werden muss, ich bestellen kann. Beziehungsweise wir auch langsam mit dem Mise en Place, also der Vorbereitung, anfangen können. Ja. Ich gucke jetzt auch mal und zwar mal ganz kurz auf dem Klo vorbei. Okay. Ich gucke jetzt auch mal ganz kurz. Ich bin irgendwie sehr süß, aber ich würde es jetzt nicht als Ritual bezeichnen, weil das war einmal. Also Ritual, glaube ich, haben wir so herseht nicht. Also ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders als die Gruppe, weil ich sehe das, was sie angesprochen haben, tatsächlich als unser Ritual, weil wir immer eine halbe Stunde vorher alle zusammenkommen. Wir sprechen uns alle gegenseitig nochmal Mut zu, gerade die neu sind oder noch nicht so lange dabei sind oder Leute, die die Schritte nicht mehr ganz so drauf haben. Jeder kann halt nochmal seine ganzen Ängste äußern, werden dann von Leuten, so wie Scuddy und Chloe, die halt schon so lange dabei sind, dann beruhigt oder man spricht sich nochmal Tipps zu. Ich glaube, diese halbe Stunde umziehen und nochmal durchsprechen ist eigentlich unser Ritual, weil diese halbe Stunde, glaube ich, uns sehr viel Nervösigkeit und Unruhe wegnimmt und auch, dass wir dann gemeinsam dorthin fahren, immer so wie so eine kleine Familie halt immer dann auf Reise gehen. Ich finde, das ist eigentlich unser Ritual, was uns allen sehr gut tut, auch mir selbst. Und ich finde immer, wenn alles erfolgreich war, haben wir ein paar Leute, die die Hände nach oben zücken und dann einfach über die ganze Bühne, durchs ganze Publikum rennen und das ist für mich auch immer so ein freudiges Ritual, was mir sagt, hey, ihr habt das geschafft und für mich persönlich durch meinen besten Kumpel wieder etwas und zwar sagt er immer, Kim, egal wie ihr euch vertanzt, scheiß drauf, das Publikum weiß nicht, wie es aussehen muss. Das wisst nur ihr. Ihr müsst einfach euch nie anmerken lassen, dass ihr gerade was falsch gemacht habt, sondern immer so tun, als ob es es genau so muss. Und das ist so mein Leitfachsatz, den ich vor jedem Auftritt mir halt sage, um mir dann selbst so ein bisschen die Nervösigkeit wegzunehmen. All right, ich versuche mal bei so einer gewissen Gruppe was anderes. Von links nach rechts ein letzter Satz. Also abschließend für den Podcast kann ich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich bin optimistisch, dass wir das in Zukunft weiter cool fortführen werden mit ShamO. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, dabei sein zu dürfen. Und ich kann nur jedem empfehlen, einmal zu uns zu kommen, zu Shamrock und das Tanzen für sich einmal zu entdecken. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ich habe mich auch sehr gefreut, es hat Spaß gemacht. Und ja, ich würde mich auch freuen, vielleicht doch noch ein paar neue Gesichter mal beim Tanzen zu sehen. Also traut euch, kommt vorbei, wir beißen nicht, wir sind ganz nett eigentlich. und ja, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ja, ich möchte mich auch bedanken, dass wir hier sein durften. Und ich kann eigentlich nur sagen, Leute, kommt zu Shamrock, schaut euch das an, lernt es lieben, tanzt mit. Ja, ich möchte zum Abschluss einmal mit an die Frauenwelt, wenn ihr sagt, ihr könnt nicht tanzen, das ist kein Problem, wenn ihr die Lust habt, kommt vorbei, wir zeigen euch, wie es funktioniert. Und dann die Männerwelt, die sagt, ich hatte gestern Abend noch Besuch. Ich hatte gestern Abend noch Besuch. Von? Caro war da. Moment. Moment. Hey. Hi, wunderschön. Du hattest angerufen eben. Ja, ich brauche von dir heute eine Antwort, was mit dem Essen ist, denn heute ist die letzte Möglichkeit, dass man jetzt bestellen kann fürs Essen. Hervorragend, ich habe nämlich gerade mit der Brau telefoniert. Hervorragend. Sie möchte gerne zwei Vorspeisen, zwei Hauptgänge, einmal vegetarisch, einmal mit Fleisch. Also, sie wollte jetzt nicht die Leute so massiv beschränken. aber ich glaube, zwei Vorspeisen, zwei Hauptspeisen, einmal vegetarisch, einmal lingens, aber wir haben kein vegetarisch, wir haben vegan. Egal. Das ist vegetarisch. Ja. Das ist dasselbe. Okay. Okay. Hauptgang, Fleisch nehme ich dann an, der zweite. Kein Fisch. Genau. Okay. Dann machen wir die vegane und die Köpola oder Sunday Rose. Ich finde, Sunday Rose ist feierlich, ja. Ist wurscht. Okay. Also, da hat sie jetzt keine Präferenzen gesagt und sie möchte heute die Leute nicht so ganz beschränken. Ja. Dann, ja. Okay. Also, ich habe ihr jetzt vorhin gesagt, dass das eine heute etwas günstiger wäre, aber sie hat gesagt, na ja, im Prinzip das Geld spielt nicht ganz so eine Rolle. Okay. Verstehe. Okay. Dann machen wir Sunday Rose. Das ist auch ein bisschen festlicher, gerade zu einer Hochzeit geeignet und dann die Wirsing-Roulade und dann haben wir auch die vegane Variante dabei. Okay. Hervorragend. Dann habe ich alle Infos. Ich danke dir. Kein Problem. Schönen Abend noch. Dir auch. Ciao. Danke, ciao. Okay. Die Bohnenschlup-Supp. Wir sind Wirsing, Bohnenschlup-Supp und was nehmen wir als zweite Vorspeise? Wenn es eine Suppe ist, dann würde ich als nächstes einen Salat nehmen. Die Frage ist, wir haben nur eine Vorspeise, eigene Produkte gehören. Ja. Dann müssen wir entweder den Home-Salat, den wir über Honey Steiner beziehen, nehmen oder wir nehmen den Gurkendill-Salat. Eins von beiden. Was denkst du, wäre besser? Ich glaube, eher der Home-Salat. Okay. Gurkendill-Salat ist eigentlich, ich weiß eh nicht, ob wir das noch als Vorspeise anbieten sollten, Gurkendill-Salat. Warum? In meinen Augen ist Gurkendill-Salat eher eine Beilage, zum Beispiel zu Fisch oder so, weil es ist eigentlich, hm. Ja, aber wir brauchen ja irgendwas als Vorspeise jetzt. Aber lass uns da den Home-Salat nehmen, der ist auch ein bisschen. Okay. Dann nehmen wir den Home-Salat und die Bohnenschlup-Supp. Für welche Person hat sie was gesagt? Nein, wahrscheinlich dann für 60. 60 dann, weil, ich sag dir das deshalb, ähm, Personenanzahl hat sie jetzt nicht gesagt, ähm, durch die, sie, die Braut hat wohl gesagt, sie möchte die Gäste nicht in der Wahl ihrer Speisen beschneiden und durch die Blume hat sie wohl gesagt, Geld spielt keine Rolle. Okay, dann machen wir, würde ich sagen, 30-30. Ja, nehmen wir die Reste mit nach Hause? Müssten sie ja, wenn sie so bezahlen. Weil ich würde sagen, wir machen aus Sicherheitsgründen jeweils 40. Dann ruf sie aber bitte nochmal an und frag sie nach. Ich frage kurz in SMS. Nein, ruf sie an. Glaub mir, ruf sie an. Gestern ist es bei mir, als ich angerufen habe, nicht rangegangen. Ja, aber ich habe doch gerade mit ihr telefoniert. Ja, aber es ist nur eine kurze Nachfrage. Ja. Weil ich würde nämlich vorschlagen und machen 40-40-40-40-40, weil, ähm, wenn du 30-30 machst, dann ist für mich 50 Prozent der Gäste quasi, haben sie nur noch eine Wahl. Wenn du 40-40 nimmst, weißt du, dann ist sie schon. Nee, dann brauchen wir nicht nachfragen. Dann machen wir 30-30-30. Dann brauchen wir auch nichts nachfragen. Passt. Weil du hast ja dann auch noch die Variante beim Grillen. Ja, und dann können sie die Reste mit heim nehmen, weil das berechnen wir ihnen dann auf jeden Fall alles, ne? Ja. Gut. Dann müssen wir jetzt noch die Bohnenschlupfsupf schnell durchkalkulieren und Ja, das mache ich gleich. Ich setze mich gleich. Sunday Roast und Wirsing. Home Salad. Gucke ich mal, wie viele noch da waren. Schicke ich jetzt sofort eine Bestellung raus. Okay, ich setze mich mit meinem Laptop in die Ecke. Ja, das wäre gut, wenn du das am schnellsten durchkalkulierst. das mache ich jetzt direkt. Genau, weil mache ich jetzt direkt. Und ich fange an, das zu produzieren, solange nichts los ist. Okay. Muss aber jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wie wir in den nächsten Jahren Da ist nichts los, da habe ich Zeit dafür. Das ist, die letzten Tage war es immer so, du hattest Tage, da wusstest du nicht, wo dir der Kopf steht, deswegen müssen wir jetzt jede Zeit nutzen. Dann spielst du es aber und spielst du es ein. Dann spielst du es aber dazu brauche ich die hier. Dann spielst du es aber und 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 spielst du es aber Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Nee, lieber nicht. So, wie kann ich euch helfen? Vielen Dank. Oh mein Gott. Tatsächlich nicht. Okay. 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 Ja. Okay. Okay. Ja. Ja. Okay. 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 Ja. 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 Okay. 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 Ja. Okay. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. 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 so ist leider dieses alte Tagebuch geschrieben. Durchgängig. Wunderbar. Ja, wunderbar. Dann haben sie das sogar noch mit entziffert. Ja, schön. Mit so einer alten Hand, die noch so ein bisschen schüttelt schon, weil sie so ein bisschen schon Arthrose hat. Super. Ich habe über ein Jahr an diesem Tagebuch gesessen und habe dann die Kurzfassung einfach nur noch aufgeschrieben und irgendwann gewöhnt man sich an die Schrift. Irgendwann so. Ah, okay. Das schreibt sie da. Ich habe meinen Cousin diesen Zettel mal gezeigt, der so Das soll eine Schrift sein? Mit einem Text? Sicher, dass das nicht irgendwie so ein Dreijähriger gemacht hätte, der die ersten versucht, die ersten Worte zu schreiben? Ja, den Gedanken hatte ein Bekannter. Wir wissen ja nicht, wie alt das Tagebuch schon ist. Das ist ungefähr 90, ein bisschen nicht ganz 90 Jahre alt. Der ganze erste Schrieb muss ich einfach. Hat sie schon angefangen? Sie hat angefangen zu schreiben vor 90 Jahren, bevor es die Lodge gab, hat aber im Laufe der Zeit danach noch einiges hinzugefügt. Also, der Ursprung des Tagebuchs ist wesentlich älter als 90. Und sie war ja damals auch nicht die Jüngste, als die Lodge gebaut wurde. Und die Seiten sind halt auch schon ziemlich vergelbt, hier und da zerknittert und dann was unschwerer zu lesen. Also, es war schon eine Herausforderung. Ja, aber schön, dass sie es entziffert haben, um halt auch mit der Bevölkerung zu teilen. Ich finde, sowas gehört einfach nicht in eine Schublade, dass es in Vergessenheit gerät, sondern es ist Geschichte, es ist wirklich hier, es hat hier stattgefunden. Ja. Und warum sollten das nicht auch alle, die sich dafür interessieren, auch dann erzählt bekommen? Ja, richtig. Das ist so der Hintergrund von dem Ganzen. Ja. Und wie gesagt, sobald ich, wie gesagt, ein bisschen Luft habe, werde ich es dann mal vertoben, dass ihr euch das auch nochmal anhören könnt in Ruhe. Ich freue mich darauf. Dankeschön. Sehr gerne. Sehr gerne. Und wie gesagt, schickt ruhig die Tiere vorbei. Ich habe die gerne. Gut, ja, machen wir, wir stellen Schilder auf hier mit, so mit Leuchtreklame, da Baby Lodge. Ja, ja. Bei der Berglöwen, was geht? Nein. Und das wäre ja nicht das erste Mal, dass sie hier waren. Die wohnen halt auch echt gelegen, so mit ihrer Lodge. Ja, das stimmt. Aber auch in der Veranstaltungsgespräche gibt es zwei Berglöwen, einmal Elsie und einmal Ciara. Ciara, das sind zwei Berglöwen-Mädels gewesen. Welche Berglöwen, ich gerade denke, Woody? Oh, weiß ich nicht. Oh, nein. Nein, an unsere, weißt du, überraschenden Besuch. Sam und Charlie, meinst du? Ja. 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 Die, 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 die im Artikel standen, die Baby, das mit dem Baby? Ja. Ja. Ich kriege den Quizzustand, Entschuldigung. Die wir danach, nach ein paar Wochen, dann hier nochmal getroffen haben, also hier in der Nähe, an der Selberstation. Oh, ja. Und dass wir die dann wieder hochgejagt haben, also Richtung Chilliard und auf einmal standen die bei uns an der Station und haben an dem Container gestanden, wo tatsächlich auch Charlie geboren wurde. Oh Gott, wie süß. Oh nein. Oh Gott, wie süß. Und da wussten wir, dass das die beiden sind. Das konnten ja nur die beiden sein, das stimmt. Richtig. Ja, das sind, ich sage immer, das sind super schlaue Tiere, haben es aber faustdick hinter den Ohren. Oh ja, tatschendick. Die haben es faustdick hinter den Ohren. Gut. Okay, bis zum nächsten Mal. Wir müssen jetzt einmal wieder weiter. Ja, passt auf die Tiere gut auf und die Natur. Und ich, äh, ich bockse mich weiter durch die Zahlen. Bocksen Sie sich dadurch. Dankeschön. Schön, dass ihr da wart. Ich darf ja. Habe ich mich gefreut. Bitte. Einen schönen Abend noch. Ihnen auch. Schlaf noch. Bis dann. Tschüss. Jetzt zieht sich die Ohren lang. Ich und die Weinte. Du weißt genau, was ich da bin. Ja. War doch ganz nett. Aber bei Miss Bailey bin ich halt ein bisschen vorsichtig. Jetzt wurdest du aber überfallen von denen, ha? Im wahrsten Sinne des Wortes. Gemüsebrühe ist Cyprus, oder? Äh, ja, habe ich gerade eingetragen in meine Kalkulation. Gut. Weil ich die gerade aufliste. Weil ich bestelle alles, was ich verbrauche, direkt wieder nach, denke ich. Dass wir wieder unseren Basislagerstand haben. Ein paar Sachen haben wir nicht mal mehr genug, um die 30 Dinger herzustellen. Okay. Haben wir noch was eingefroren oder vorbereitet? Ja, ein bisschen. Aber wir kriegen das alles irgendwie gewuppt. Noch haben die ja auch Zeit zu lesen. Ich gucke nur gerade, was es wo gibt. Kokosmilch fehlt mir noch aus. Cyprus wahrscheinlich. Cyprus. Alles andere ist Wilson Farm und Union Grain. Außer Gemüsebrühe und Kokosmilch. Nein. Lachsfilet, Salz, Rinderhackfleisch, Rindfleisch. Ja, ja, ja. Das braucht alles nicht. Und Kokosnussmilch. Ach doch, das brauche ich ja noch für Sunday Roast und so. Für Sunday Roast brauchst du Rindfleisch. Ich habe jetzt ja nur für die beiden Vorspeisen geguckt. Fürs Rindfleisch benötigst du, äh, nee, andersrum, für Sunday Roast benötigst du Rindfleisch. Jo, dann. Dann guck mal bitte in das Rezept rein. Ja, gucke ich gleich. Ja, ich gucke gleich. Das mache ich gleich noch. Ich habe jetzt nur die Vorspeisen vorbereitet, aber du hast recht. Wenn ich jetzt bestelle, dann wollte ich auch für die Hauptspeise nachden. Und Pinot Nero Vital vom Liquid Sin ist auch im Sunday Roast drin. Ob wir da noch einige Flaschen haben? Nee, da haben wir auch nicht mehr so viel. Da müssen wir auch noch bestellen. Eier, Milch, Mehl. Ja, ich gucke gleich. Ich habe die Vorspeisen noch nicht aufgenommen. Ich habe jetzt erst mal mit den Vorspeisen angefangen. Du hast recht, wenn ich jetzt nachbestellen will, dann sollte ich alles erst mal aufnehmen. Ja, weil du brauchst ja alles dazu. Ja, ich gehöre mich. Oh, geht doch. Ich räume jetzt alle Zutaten, die ich für die jeweils 30 Dinger brauche, in den Küchenschrank rein, dass sie da schon mal beisammen sind. Buntschlupsupp, wie sieht es da aus? Haben wir dann noch was vorbereitet, eingeboren? Ein bisschen was, aber die Sachen, die wir haben, sind eigentlich, also wir haben eigentlich immer nur so viel im Kühlschrank, wie ich immer als Mindestvorrat fürs Restaurant haben will. Okay. Das heißt, ich muss immer aus dem Lager jetzt die Sachen dann vorzubereiten. Kannst du mir gleich mal das Rezept von den Tropical, nee, Foodie Loop heißt er, nochmal bringen? Ich habe die in meiner Kalkulation nämlich gar nicht drin, sehe ich gerade. Habe ich gerade erst gemacht, kann ich dir sagen, du brauchst für... Moment, Moment, Moment. Moment, ich muss erst mal wieder ein paar Zeilen hinzufügen. Ich muss erst mal wieder ein paar Zeilen hinzufügen, sonst funktioniert das nicht. Wo geht das denn? Okay. Also du brauchst zwei Kirschsaft? Ja, dann brauche ich daraus, wie stelle ich den Kirschsaft her? Dafür brauchst du vier Handvoll Kirschen und Zucker und wofür brauchst du das? Für meine Kalkulationen. Ja, nimm doch einfach unseren Verkaufspreis vom Kirschsaft. Warum? Da brauchst du nicht nochmal den Kirschsaft einzeln durchmachen. Ja, ich muss den dadurch, dass wir den Kirschsaft selber herstellen, muss ich ja trotzdem gucken, wie ich den... Die Kalkulation von unserem Kirschsaft ist ja... Hast du nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Du hast keine Säfte gemacht. Oh, warte, ich gucke nochmal schnell, Moment. Und... Und... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Für den Fruity Loop brauchst du zwei Kirschsaft, zwei Wasser, einen Apfel und eine Banane. Und da kommen dann auch vier raus, meine ich. Ja, da kommen auch vier raus. Also ich meine, da kommen vier raus. Zwei. Nee, aber es müssten vier... Ist okay, ich brauche nur die Zutaten erstmal. Ja, ja. So notkomme ich gleich mal in die... Ja, nee, du brauchst eben auch die Menge, weil die Zutaten sind ja dann immer für die entsprechende Menge. Das ist ja nicht für einen Fruity Loop. Da kommen ja zwei oder vier raus. Ich bin mir nicht sicher. Naja, ich muss weitermachen. Okay. 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 Vielen Dank. 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 mich gerade dabei, alles nachzubestellen und dann fangen wir an zu kochen. Okay. Ich schmeiße mal eben den Laptop nach vorne. Das sind mal ordentliche Bestellungen, die ich jetzt da rausjage bei Wilson. Bei Wilson Farben, die müssen mit dem LKW kommen, gehe ich von aus. Ja, es kann aber auch sein, dass das alles nicht mehr bis Freitag da ist. Das ist mein Problem. Das macht nichts. Für Freitag kriegen wir das noch hin. Da reichen unsere Restvorräte. Es geht nur darum, dass danach wir wieder unseren Puffer im Lager haben. Wir hauen jetzt quasi dafür unser Lager leer, aber wir müssen ja trotzdem unser Lager wieder kühlen. Deswegen bestelle ich genau das, was wir brauchen, nach. Und da, wo die Zutaten nicht zu 100 Prozent reichen, für die 30 Portionen jeweils, bestelle ich dann dementsprechend ein bisschen was mehr. Aber da geht es immer nur so um zwei bis vier Sachen, die da so fehlen. Da geht es dann vielleicht um ein, zwei Portionen, die nehme ich dann notfalls temporär aus unserem Restaurantbestand. Das kriegen wir hin. Ja gut, dann hole ich mir jetzt den Rucksack. Halt, den habe ich. Den habe ich. Hallo, zurückkommen. Den habe noch ich, den habe noch ich. Okay. Weil ich ja gleich kochen wollte, dann brauche ich ihn dann eh wieder, aber ich muss jetzt noch ein paar Bestellungen machen, das passt schon, dass du kurz fährst. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Okay. Okay. Thank you. Okay. Vielen Dank. 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 Warum stehe ich mir mal den Rucksack? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann mal einen Platz haben. Genau. Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Na gut, ich will dich nicht weit abhalten. Und kümmere dich, kümmere ich, kümmere dich, dann kümmere ich mir auch. Du kümmere dich, ich bin mir auch mal in Ruhe. Und du passt auf jeden Fall. Und du passen auf dich auf und Kopf hoch. Das wird alles wieder. Ja, danke dir. Ja, mit Sicherheit. Ich bin mir auch mal mit. Okay. Bis dann, das ist das ist, ich bin. Bis dann, das ist das, das ist ja auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt machen wir doch keine Erinnerungfahrt. Vielen Dank. Nee, die noch nicht. Boing. Einmal Kopf gestoßen. Ich habe das Gefühl, wenn ich da mit dem Speedo langfasche, stoße ich mir immer an den Kopf. Weil die Kamera ja einfach da so ein bisschen drüber hängt. Jisuuu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin gleich wieder da, ich bin gleich wieder da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. Machen wir mal zurück. Hm. Okay. Okay. Ich bin wieder mal in der Ecke, ne? Ja, mach das. Ja, mach das. Ja, mach das. Okay, jetzt bin ich aus dem TS und vom Server geflogen. Werde ich wieder da? Okay, scheinbar ist unser Internet weg. Tja, wir haben wirklich Internet weg. Nur hoffentlich kriegen wir das gleich wieder. Wäre nämlich blöd. Okay. Jetzt hat gerufen, Internet ist wieder da. Dann schauen wir mal. Das dauert viel zu lang. Und wieder weg. Natur. So, Internet müsste wieder da sein. Es hat jetzt eine Weile gedauert. Diverse Reparationstools und was nicht alles ausgeführt. Der hat jetzt ein paar Mal die Leitung gecheckt. Müsst ihr jetzt wieder gehen. hoffentlich. Starten jetzt mal neu. ッ. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Erst schmeißt der Server uns runter wegen Problematik und dann fliegt unser Internet. Irgendwie hat sich alles gerade verschworen. Ich bin jetzt nicht mehr. Schauen wir mal. Das klingt jetzt immer schon mal. Keine Ahnung, was das war. Komplette Leitung war weg. Kein Telefon, kein Internet. Telekom hat auch keine Verbindung herstellen können. Jetzt ein paar. Keine Ahnung, was das war. Okay. Probieren wir es nochmal. Ah, da bin ich gelandet. Kleiner Chameleon. Ich bin jetzt in der Ecke drüben. Wie kleines Chameleon. Das habe ich gerade nicht gesehen. Ich bin wahrscheinlich schon wieder fit. Das hatte ich letztens auch. Manchmal ist das so. Da lief ich so, mir nichts Böses denken, lief ich vorher. Leute, da standen Autos. Ich wollte gucken, wie die sind. Auf einmal höre ich nur noch, das ist aber jetzt schon unfreundlich, so einfach in die Menge zu kommen. Auf einmal tauchen um mich um drei Frauen auf. Wie vom Blitz. Also ich weiß nicht, was da mal los war. Okay. Unfassbar. Frech. So, ich koche jetzt. Okay. Ich rufe dich, wenn Gäste da sind. Ich rufe dich, wenn Gäste da sind. So. Machen wir mal hier weiter. Wir müssen noch ein paar Informationen hier rausfinden. Ich rufe dich, wenn Gäste da sind. Ich rufe dich, wenn Gäste da sind. Ich rufe dich, wenn Gäste da sind. Dann naht wieder irgendein blödes Unwetter. Ich rufe dich. Ich rufe dich. Ich rufe dich ausgesucht. Rinderhack. 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 das war was, irgendwas mit 60 Cent hier steht 1 Dollar okay jetzt müssen wir Croissants finden Banane den Pinot und Salz und Salz untertitelt 80 Dollar die Flasche und Glas sind das dann 13.39 Euro. Dann die gute Kokosnussmilch. Da ist die Kokosnuss, wird die Kokosnuss erklärt. Da habe ich auch Salz, 55 Cent. Das ist das hier, Kokosnuss, 2,75. 2,75 und Salz, 0,55. 2,75, 0,55, 0,55, 0,55, 0,55, 0,55, 0,55, 0,55, 0,55. Okay, fehlt mir noch das Croissant, die Banane. Croissant. Warte mal, das könnt ihr aber hier drin haben, oder? A little bakery. A little bakery. Croissant, 2,20. Und leider kriege ich jetzt nicht raus, ist nicht schlimm. Wenn... Das ist nicht schlimm. Brauche ich gerade nicht dringend. Genau. Ja. Fangen wir mit der Bohnenschlipsupp an. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, 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 zwei, drei, vier, Spalten, weiter. Ohne ein Schlup. Sopp. Hohnen. Gemüse. Oh, Brühe. Kartoffeln. Schiebeln. Mal für Milch. Mehl. Speise. Öl. Okay. Komm mal wieder hier an. Aufmerksam. Zwei. Zwei. Founds. Lines. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. So, Zwiebeln kosten 0,74. A-Familch, 3,20. A-Familch, 3,20. Ach, wir wollten sie auch nicht aufhalten, wir wollen einfach, eigentlich wollten wir nur vorbeischauen kurz. Oh, das ist lieb, danke schön. Es ist so, ich sag nicht das eine Wort, es ist so entspannt heute hier. Ja, es ist ein super ruhiger Dienst. Wir sind nicht aufhalten, glaube ich, keine Sorge. Er hat's gesagt, wenn irgendjemand fragt, okay? Ja, so kann ich Ihnen heute die Schuld für alles geben. Ah, das passiert sowieso schon. Oh, weh, okay, okay, ich möchte es gar nicht wissen, okay. Ja, immer alles schön auf die Rekruten abschieben, wissen Sie. Ach, jetzt hört's aber auf. Also, jetzt machen sie sich mal nicht jetzt zum Unschuldigen, ne? Ja, ich mache mich zum Schuldigen. Oh, zum Schuldigen sogar, oh, 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 oh. Also, nach so einer Nachtschicht mit ganz viel Besoffenen, die Autos mal putzen. Oh Gott, so gemein wollte ich jetzt nicht sein. So gemein wollte ich jetzt nicht sein. Also, bei uns ist es höchstens mal ein bisschen Staub und Dreck von außen, aber gut. Ja, die Streifen mit der Dame sind immer super angenehm. Ihre Lieblingskollegin, ich verstehe. Ja, super. Vor allem am Wochenende. Also, ich glaube, das ist einfach eine Mischung aus Urin, Kotze und Blut. Oh Gott, ich glaube, ich muss trinken mit meinem Housekeeping. Äh, naja, das macht das Haustechniker. Wer macht das gerade eigentlich? Haustechnik, ja. Okay. Haustechnik, könntest du mal? Ich glaube, sieht's bei Ihnen heute Abend aus, seid ihr gut besucht, oder? Ne, heute nicht. Wir sind schon ein bisschen in Vorbereitung am Machen. Wir haben am Wochenende ja eine große Feier hier. Ah, okay. Dementsprechend müssen wir jetzt schon damit anfangen, weil die Zeit rennt, gefühlt. Ja. Dann kommen noch das Alltagsgeschäft und die anderen Sachen hinzu. Und wie gesagt, ich bin gerade in den Preiskalkulationen vertieft gewesen, deswegen. Ich habe nur was im Augenwinkel gesehen. Ja, wir haben uns schon gewundert, dass es so leer ist. Ja. Aber an sich, man ist ja auch so ein bisschen, man ist ja auch so ein bisschen froh, dass es sich beruhigt hat, die letzte Zeit. Ja, ich hoffe, das bleibt auch so. Ich möchte ja immer, dass meine Gäste hier einen entspannten Abend haben. Auf jeden Fall. Weit weg von dem ganzen Stress und dem Alltag. Und das ist halt blöd, wenn dann wieder ungebetene Wäste vorbeikommen und das Ganze stören. Ja, auf jeden Fall. Wie ist das mit den Wildtieren zurzeit? Mit den? Mit den Wildtieren? Habe ich auch lange keine mehr gesehen. Okay. Eigentlich ist die Lodge ja schon seit Anbeginn eigentlich ein sehr tierliebhabendes und wohlfühlen. Auch nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Ja, ein Puma würde ich jetzt nicht unbedingt betonen. Es sind ja eine Ursprungsgeschichte sogar drin von der Baby Lodge. Oh, okay. Inwiefern? Ähm, der Holzweiler und seine Frau haben ja hier gewohnt, beziehungsweise bevor die Lodge gebaut wurde. Ja. Und die, er hat einmal ein kleines Berglöwen-Junges gefunden, das von der Mutter verlassen wurde und hat das großgezogen mit seiner Frau, weil es auch verletzt war und allem drum und dran, sodass es wieder fit werden konnte. Und die Dame, eine kleine Berglöwen-Dame hieß dann Elsie und die ist dann einfach bei denen geblieben, anstatt alleine. Und sie ist dann ab und zu auch mal aus Stiften gegangen, so wie es sich für Katzen gehört. Ähm, ja. Und, ähm, irgendwann gab es dann Junge, aber davon hat nur eins überlegt und, äh, das blieb dann auch wieder hier. Wurde betüdelt und gut behütet, bis es dann in die Wälder zog. Also, Berglöwen sind durchaus, ähm, seit Anbeginn, wir sind ja auch im Revier der Berglöwen. Also, ist das für mich was ganz Normales. Gut, ich bin auch Veterinärmedizinerin, ich sehe das vielleicht ein bisschen anders mit den Tieren. Ursprünglich, dementsprechend, habe ich Tiere gerne um mich. Wir hatten an Weihnachten, kurz vor Weihnachten, hatten wir eine kleine streunende Katze, die, der kalt war, die hat sich unter dem Weihnachtsbaum zusammengerollt und sich ausgeruht, aufgewärmt, hat dann was zu essen und zu trinken von mir bekommen und ist dann, als es ihr wieder soweit gut ging, Wetter gezogen. Also, Tiere sind hier immer willkommen. Dem Specht mussten wir leider ausquartieren. Ah, er musste sich, glaube ich, auch ausquartieren. Ja, der Specht wollte nämlich immer da oben, genau über der Tür in die Ecke rein. Und das ging halt nicht, weil er dann seine Hinterlassenschaften leider immer in Richtung... Entschuldigung, ja. Entschuldigung, so. Alles gut. Ja, dann sind die Rangers so lieb gewesen, haben ihm eine Luxusvilla namens Vogelhäuschen in Form eines Luxusvilla-Vogelhäuschen gebaut und seitdem lässt er die Latsche Ruhe und ist wohl da glücklich geworden. Ja, aber Tiere sind schon immer hier gewesen, als... Da habe ich nichts gegen. Im Gegenteil. Die kommen gerne vorbei. Warum nicht? Okay. Ähm. Ich bin gespannt, warum sie sie später bekommen. Weiß ich nicht. Will euch was sprechen oder so? Zieh ich die Ohren lang? Äh, Entschuldigung, ja. Alles gut? Manchmal ist das irgendwie so... Ja. Ja, es ist warm. Wir können, glaube ich, alle nicht so... Ja. Ja. Genau das. Das war immer so heiß. Ja, wir können heute auch nicht alle weiter als unsere Stieren denken, so. Ja, das ist... Ich weiß nicht, ob das Vor- und Nachteile hat. Das ist wirklich leider, ja. 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 Ich wundere es gerade nur. Aber egal. Ja. Nee, wie gesagt, Tiere sind mir immer willkommen. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Ich gebe aus, dadurch, dass wir hier ja aktuell auch ziemlich hohe Temperaturen immer wieder haben, dass die sich eher in den schattigen Unterholz zurückgezogen haben, im Wald, in die Hände rein. Ja, auf jeden Fall. Weil, ähm, wir merken ja teilweise selber über Tag, in der Mittagssonne, dass es extrem ist. Und, ähm, wie muss es dann den Tieren gehen, die nochmal einen dicken Fell haben oder so, sozusagen. Ja. Die können sich nicht so abkühlen, wie wir das jetzt im Endeffekt tun und dementsprechend... Hallöchen. Hallöchen. Hallo. Dementsprechend, äh, vermute ich, dass die Tiere aktuell eher im Unterholzen dickig, im schattigen Fleckchen sich gesucht haben. Zumindest ist das meine Vermutung. Würde ich auch machen. Ich würde mir auch den ganzen Tag in den Schatten legen, wenn ich könnte. Hallo. Hey. Hi. Hallöchen. Wir haben es nach draußen gelegt, weil ich habe nur noch was aus dem Augenwinkel gesehen. Was hast du denn gesehen? Ja, die nette Dame und ihren Kollegen. Und dann dachte ich so, okay... Warte mal, ich habe was für dich. Für mich? Ja, ich muss dich nur noch finden. Da wirst du dich bestimmt drüber freuen. Oh, okay. Wenn dir es nicht schon vorher aufgefallen ist, bitteschön, lass es dir schmecken. Dankeschön. Wir haben jetzt auch so Dinge frisch gemacht. Du kannst den Leuten doch hier jetzt nichts voressen. Ja, doch, natürlich kann ich das. Das gibt's doch nicht. Das nennt man aktives Marketing. Jetzt kommen die gleich rein und essen. Die müssen arbeiten, die können nicht einfach rein. Jetzt hol denen auch eine lecker, frische Suppe, Bohnenschlup-Supp. Also ehrlich, Frechheit. Ah, da muss ich wieder mehr kochen, Mensch. Das ist doch wieder typisch. Das ist mir egal. Du hast dir gerade Fisch zubereitet. Also Abmarsch, hol dir netten Damen auch was. Alles gut. Mir ist es tatsächlich viel zu warm für Suppe. Die sind dann... Ah, sehr gut. Haben wir gespart. So war es Pech aber auch. Die beiden Damen haben aber nichts gesagt. Wir wollten tatsächlich auch gleich weiter. Wir wollten so ein bisschen entschuldigen, dass wir heute ein bisschen verzögert das Hals wieder bringen. Okay. Alles gut? Wir hatten mit Mitarbeiter Mangel zu kämpfen. Ja, Phil hatte da was erwähnt. Okay. Dann war das gut. Wenn wir uns das einfach anrufen. Wir sehen uns weiter. Danke dir, Lea. Bis dann. Tschüss. Ciao. Na, das hat aber nochmal Glück gehabt. Ja, ich hätte jetzt sonst weiterkochen müssen. Ich muss noch mehr kochen, wie du weißt. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, es gibt auch eine gute Nachricht. Die Zutaten werden reichen, weil das Ding, das Zeug ist ergiebiger, als ich dachte. Ja, das stimmt allerdings. Ja, das ist ein Vorteil. Alles klar. Dann würden wir auch weiterfahren, wenn soweit alles okay ist. Gibt es schon was Neues zum Commissioner und seiner Frau? Nee. Wir haben nur die Pressekonferenz. Nicht mehr als bekanntes. Ich drücke die Daumen, dass die schnell gefunden werden. Ja, wir drücken auch alle die Daumen. Ja, dann passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ja, gleich. Ich werde auch verschwinden. Ja. Nee, nee. Wir geben uns. Wir geben uns. Genau. Okay. Schönen Abend. Schönen Abend. Euch auch. Tschüss. Ciao. Hast du gesehen, wie lecker sie aussieht, die Bohnenschutzung? Na ja, ich erziehe jetzt gleich alles. Mmh. Ich glaube, so lecker sah die noch nie aus vorher. Hast du ja lecker gekocht bestimmt, oder? Ja, wir werden da natürlich dann ein bisschen mehr Waren dann jetzt übrig haben. Das heißt, unsere Lager werden nach der Hochzeit voll sein, aber besser so als anders. Wir kochen das dann ja eh irgendwann weg, ne? Das stimmt. Es kommt halt mehr raus, als im Rezept steht. Deutlich mehr. Ja, also es kommt immer darauf an, während des Kochens, gerade wenn du mit Wasser auch arbeitest, ob das verdunstet, wie viel das verdunstet und allem drum und dran. Ja, alles gut. Das ist leider so. Ich denke, wir werden es irgendwo runterkriegen und dann irgendwann auch verkochen. So teuer ist das Zeug ja nicht. Urra sagen wir nicht. Gehen wir mal wieder eine Runde Abend Spausen machen in den Paletten. Ja. Doch, ich bin wieder weg. Okay, ich bin wieder weg. So, wo haben wir denn stehen geblieben? So, mehr. Ach so, ganz wichtig noch. Ich habe mit Paradise telefoniert, die hatten angerufen. Ah, okay, die haben angerufen. Nee, der... Barry? Barry, genau. Die zahlen die Kaution für alle Zimmer, damit auch noch jemand nachbuchen kann. Okay. Und da die ja alle Zimmer gebucht haben, haben die ja keine Buchungsnummer. Ich habe denen jetzt gesagt, die sollen es auf unser Kautionskonto überweisen. Ich schicke denen was, alles gut. Hochzeit Sparks. Nee, das ist schon alles geklärt. Das kann sein, das schon eingegangen ist. Okay. Ja. Ich wollte denen eigentlich noch was schicken. Ja, aber das ist doch Quatsch. Guck mal, die haben alle Zimmer. Willst du denen dann zwölf Reservierungsbestätigungen, zwölf Codes schicken? Nein, die kriegen eine Gesamtbestätigung. Genauso wie ich das damals mit Alamonia gemacht habe. Ja, du kannst denen ja noch eine Bestätigung schicken. Aber wie gesagt, sie überweisen alles mit dem Stichwort Hochzeit Sparks einfach. Bis spätestens Freitag, meint er, ist drauf. Okay. Ja, Kontonummer habe ich ihm gegeben. Okay. Törner hat auch bezahlt, habe ich gerade gesehen. Oh, das muss ich noch eintragen. Wer hat bezahlt? Christian Törner. Ah, okay. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die können wir rausnehmen. Vielen Dank. Das ist das komplette Gericht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, next one. Das sieht auch schön aus. Dann essen wir mal eine Runde Suppe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Weiter geht's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Äpfel. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 3,75 2,75 3,75 3,75 3,75 4,75 3,75 3,75 3,75 4,75 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 5,75 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 6,75 mehr. So, let's see. Und das gute Mehl, 1,25, so. Und das ist nicht teuer. Und das ist nicht teuer. Warum ist denn das so krass günstig geworden? Das hat damals viel mehr gekostet. Und das ist nicht teuer. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe einen Denkfehler. Ich habe ihn gerade. Ich weiß es noch nicht gerade wo. Ich weiß 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 noch nicht. Keine Ahnung, ich habe das Denkfehler gerade halbiger im Raum weiter. Ich weiß noch nicht. 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 Vielen Dank. 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 Ja, Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Ja. Da kommt halt relativ viel Arbeits... Arbeits... Wie heißt das? Arbeitspauschale drauf. Ja, weil ich habe jetzt für 60 Gerichte habe ich zwei Stunden in der Küche gestanden. Musst du mir nicht sagen, Nils. Das heißt, 15 im Catering. Nee, lass mich das bitte hier... Ich habe das ganz anders hier aufgeschrieben. Kannst ja reingucken. Also ich habe es hier ja ganz anders. Ja, mache ich morgen, ist jetzt Feierabend. Mach auch Feierabend, morgens anderen Tag. Ja, aber dann muss ich das jetzt ordentlich noch hinschreiben, weil ich habe bisher nur die anderen Sachen. Ja. Wir haben noch Morgen und Freitag bis zur Hochzeit. Ja, aber ich bin morgen nicht da. Ich habe morgen Tanzen. Ja, weiß ich. Aber mit 15 und 20... Also mit 15 Dollar, wenn du die erstmal einstellst, fährst du schon gut. Dann können wir nämlich die Bohnenschlup-Supp auch in der Bestellung schon dazufügen. Alt. Weißt du, wie viel das beim Köttbullar ist? Beim Köttbullar weiß ich es nicht. Wie viel ist es da? Müsste mehr sein, da ist ja Fleisch drin. Ja, aber beim Köttbullar habe ich nur 6,93 Dollar. 6,93 Dollar? Und ich weiß nicht, wie viele Portionen wieder... Ja, da kommst du auf... Weißt du, wie viele Portionen? Ach, 6,93 Dollar sind die gesamten Zutaten. Ja. Weiß ich nicht, wie viele es sind. Wahrscheinlich auch 2 oder 4, aber wenn es 4 wären, wäre es viel zu billig. Wem sagst du das? Ich weiß halt nicht, wie viele Portionen wir aus einer Runde... Ich meine, wir verkaufen es ja eigentlich eh nur im Menü, ne? Und da haben wir ja vorgegeben bekommen, die 150 Dollar, wenn ich das richtig weiß. Ja, aber ich bin ziemlich erschrocken. Die Preise, die ich damals hatte, ich glaube, ich habe teilweise die Hälfte weniger gerade. Ja, ja. Die Preise sind so drastisch gesunken. Aber das ist nicht unser Problem. Für uns gelten die Vorschriften ja trotzdem noch, ne? Wo ist denn diese fucking Hochzeit jetzt? Ja, aber dann muss ich trotzdem da drangehen und mit den Mofag reden. Das geht nicht. Sollen sie die Preise wieder erhöhen, oder was? Ne, ich muss die mit dem einen runtergehen. Ja, aber das kannst du nicht. Das ist halt eine Mischkalkulation. Die Sachen, die wir selber herstellen, da verdienen wir halt richtig gut dann dran. Aber die Preise passen ja, unsere Menüpreise für das, was wir zukaufen. Ja, das ist genau diese Sache. Und deswegen werden die da sagen, mach das so weiter. Das ist halt eine Vorgabe. Das ist bei allen so. Die Verkaufe ist ja auch teurer. Alles gut. Macht ja da keinen Stress. Wir verkaufen die Dinge nicht einzeln. Weißt du, wie das beim Gewaltzten Lachs ist? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Die habe ich nicht gemacht. Aber du hast das Sunday Rose gemacht, oder? Ich habe nichts kalkuliert davon. Null. Ich habe die internen Gerichte nicht kalkuliert. Ich wollte wissen, was du gekocht hast. Ne, ich habe Würschen gemacht und Bohnenschlupf. Die zwei habe ich schon fertig. Morgen mache ich dann noch die Sunday Rose. Die Sunday Rose ist mit am teuersten. Naja, das mache ich morgen. Ich trage aber jetzt in die... Ich trage auch in die Rechnung nur ein, was schon fertig ist. Was habe ich gesagt? Bohnenschlupf, Sub und Wirsing. Aber Wirsing hast du noch nicht drin, ne? Nein. Weil ich dazu nie Einzelpreise habe. Ja, wir müssen halt jetzt einmal, dass wir es in die Rechnung packen können, reinpacken, ne? Bei Bohnenschlupf passt ja auch Einzelpreis. Ja, weil ich dachte das. Das passte ja auch damals. Das passt auch jetzt noch. 20 Dollar ist okay. Okay, drink. So. Ich habe bis auf die... Den Flutiloop habe ich jetzt alle. Hm, wobei der Flutiloop noch passen dürfte. Ich habe ihn noch nicht, weil mir fehlt der Preis für die Banane. Ja. Ich weiß nicht, wie teuer die Banane ist. Okay, na dann. Aber komm, lass Feierabend machen. Reicht. Ja, guck doch mal wenigstens rein kurz. Du musst ja nur die obersten Zeilen lesen. Guck mal, da. Wie gesagt, bis auf den Flutiloop habe ich halt. Aber wo hast du die denn? Bin ich blöd? Ich sehe die nicht. Bereich Kalkulationen, Finanzen. Ja, in meiner Liste ist die Preis-Kalkulationen irgendwo drin, oder? Hast du mal einen eigenen gemacht? Ja. Wie lang sollen die in die Listen werden? Ah, eigene Rezepte hier, ja. Ja, aber das passt ja. Oh, die Wirsingroulade ist mal total teuer. Banane-Roast und... Das Ding ist, ich glaube, wenn ich mir das so anschaue, haben die... Sieht das aus wie eine Vorspeise. Vielleicht muss da einfach mal die Portionsgröße vergrößert werden. Weißt du? Das ist jetzt die Information, die ich habe. Ja, ja, alles gut. Passt schon. Alles gut. Aber da kommen wir mit hin. Wie gesagt, Fotoloop habe ich noch nicht. Hm. Passiert. Na gut. Und das sind jetzt nur die Zutaten, damit wir es mal kochen können. Genau, und da kommt ja noch der Arbeitspreis drauf und dadurch können wir uns einen guten Preis zusammenbasteln. Basteln, ey. Ja. So, auf jetzt. Feierabend. Ich kann keine Zahlen mehr sehen. Reicht. Und ich habe Hunger. Irgendwie hat die Suppe nicht wirklich gesättigt. Ja, das habe ich auch festgestellt. Warte mal, habe ich noch was einstecken? Nee, ich gehe zum Kühlschrank. Hier. Ich gehe zum Kühlschrank. Hier habe ich eh zu viel gekocht. Danke. Bitte. Dann ziehe ich uns mal aus. Dann ziehe ich uns mal aus. ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Rico Stone? Nö, dürfte nicht sein. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann viel Spaß morgen beim Tanzen. Wir sehen uns freitags. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Es kommt noch was eingefallen. Wen wartet ja noch auf eine Rechnung vom Kinn. Er ist aber noch nicht gekommen. Nö, 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 nö. Naja, zum Nutzer als Morgentrikade. Auch nicht schlimm. Dasste Und Lücke. Und L masking is mit deridoeisationen. Sehr gut. Nö, nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö. Oh, сот. Nö, nö. Amen. 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 Das hört sich nicht gesund an. Ich glaube, ich muss den noch mal dabei bleiben. Ich glaube, ich muss den outroen wechseln. Und ich mache insanelyande, dass es Drogen Zimmer ist wirklich sehr schwierig. Man muss den Bergstatt pregunta, doch immer mit den Черnenfälle natürlich nur zu lan smenken. Ich glaube, ich würde gerne nach practicesien Abkommen. Oh, ich hab mir okay. 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 So, ihr Lieben. Wir werden jetzt zurück. Wie bringt das noch den Laptop an ihren Platz? Nee, macht sie halt auch nicht. Parkt den woanders. Momentan macht sie viel anders. Sie packt hinten. Sie räumt die Sache nicht so wieder in, wie sie es sonst tut. Sie ist grad zickig. Aber ganz ehrlich, unter uns gesagt, darf sie auch mal sein, weil, äh, früher kam ja nochmal so ein, hey, wie geht's? Oder irgendwas in die Richtung, aktuell kommt ja gar nichts. Und da ist sie, oder, hey, ich bin jetzt unterwegs für Siebis oder irgendwas in die Richtung. Nichts aktuell. Und deswegen, und sie ist leid immer nur anzurufen, hey, kann ich mit dir reden, hey, kann ich mit dir reden? Ja, kannst du, kannst du, kannst du, ja toll, schön. Kannst du dich auch mal melden? Das ist so, da ist sie gerade ein bisschen angefressen. Deswegen macht sie gerade diverse Sachen anders, sodass man nicht darauf schließen kann, wo sie gerade so wirklich ist. Zumindest für ihn. Und, äh, ja, mal gucken, was da noch draus wird, wie man so schön sagt. Es kann sich ja wieder einrenken, aber aktuell ist sie halt immer noch zickig unter.